40 Tage Reich Gottes Heute ist Tag Nummer 38 und wir sprechen über Visionen. Visionen, die man von Gott bekommt. Visionen, die ein Leben berühren. Visionen, die viele Jahre prägen. In Matthäus Kapitel 24, Vers 35 steht, Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Dein Haus wird vergehen. Dein Auto wird vergehen. Deine Versicherung wird vergehen. Dein schöner Garten wird vergehen. Alles auf dieser Erde wird vergehen. Mein Wort wird niemals vergehen. Stell dein Leben auf das Wort Gottes. Put your life on the foundation of the word of God. Dann wird dein Leben bestehen. Then your life will remain. Und ich möchte dich ermutigen, dass dein Leben Sinn macht. And it also will encourage you that your life makes sense. Macht dann Sinn, wenn du ein Wort Gottes bekommst. It makes sense when you receive a word from God. Und es auch umsetzt in deinem Leben. Und so wird Reich Gottes gebaut. Wenn Reich Gottes gebaut wird, kommt erstmal eine Saat hinein. Und diese Saat geht auf im Herzen. Und diese Saat beginnt mit einem Wunsch. Danach wird es ein Bild. Dann wird es eine Vision. Und hinter diesen Visionen laufen wir her. Wie Mama Maria zum Beispiel. Sie hat heute so viele tausend Kindern geholfen hier in Uganda. Und so eine große Arbeit konnte sie aufbauen. Aber nur deswegen, weil sie immer wieder auf Jesus geschaut hat. Sie hat nun Herrn bekommen. Jetzt gesehen. Jetzt ausgesprochen. Und ist da hinterher gelaufen. Und so baut man ein Reich Gottes. Im Reich Gottes brauchen wir Visionen. Und Matthäus, Kapitel 25. Jetzt kommt ein geistliches Prinzip. Ein geistliches Prinzip des Reiches Gottes. Und das ist ganz anders wie unser irdisches Reich. Steht fünfmal in der Bibel drin. Der gleiche Vers. Und einen davon wollen wir jetzt lesen. Denn jedem, der hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Aus irdischer Sicht ist das total unfair. Und einer, der viel hat, kriegt noch mehr. Und der, der wenig hat, kriegt noch selbst das weggenommen. Und der, der wenig hat, kriegt noch selbst das weggenommen. Im Reich Gottes empfangen diejenigen, die haben. Denn der, der hat, dem wird gegeben werden. Aber was hast du? Dein Glaube. Deine Vision. Dein Wunsch. Deine Hingabe. Habe etwas. Wenn du etwas hast, dann wirst du dazu bekommen. So funktioniert es im Reich Gottes. Du kriegst eine kleine Saat. Du dankst dafür. Du hältst es fest. Du hast dieses Wort. Es steht geschrieben. Gott hat gesagt. Ich halte es fest. Und weil du die Vision hast, kriegst du übernatürlich. Wenn du aber nicht hast, wird alles andere auch noch weggenommen werden. Das steht in Johannes 10, 10. Dass der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. In Johannes 10, 10. Wir lesen, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu zerstören und zu zerstören. Ja, genau. Aber ich bin entkommen, dass ihr Leben habt und Leben in Überfluss. Ich möchte dich ermutigen, dass du in das Leben hineinkommst. Im Leben Jesu bekommt der, der hat. Und im Königreich des Teufels ist der, wo nichts hat, kriegt noch alles weggenommen. Und in dem Königreich des Teufels wird der, der, der wenig hat, auch das, der von ihm hat. Und das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Das ist das Prinzip des Königreiches Gottes. Und wir wollen Hebräer 12, Vers 2 lesen. Hier wird ein ganz wichtiges Prinzip erklärt. Wie hat Jesus seinen Lauf vollendet? Er hat eine Vision. Er wollte die ganze Menschheit retten. Er wollte sein ganzes Leben geben, dafür, damit die Menschheit gerettet werden kann. Aber wie konnte er das aushalten? Wie war das möglich, dass er das durchhält? Können wir auch einfach durchhalten, in allen Umständen? Und der Schlüssel steht hier in Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete. Und das Kreuz duldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Der Schlüssel im Reich Gottes ist, dass du eine Vision hast, eine vor dir liegende Freude. Jesus hat eine Freude gehabt. Er hat dich gesehen, der gerettet wird oder der gerettet ist. Und vor 2000 Jahren am Kreuz hat er dich gesehen. Und es hat ihm so eine Freude gemacht, weil du gerettet wirst. Und er konnte das Kreuz erdulden. Um der ihm vorliegende Freude willen. Er achtete die Schande für nichts. Und hat sogar die Idee des Kreuz erduldet. Was für ein König. Und das ist ein Schlüssel im Reich Gottes. Wenn man eine Vision hat, kann man durch ganz viele Tiefphasen durchgehen. Du brauchst eine Vision, um dein Ziel zu erreichen. Und das Buch der Offenbarung ermutigt uns, In Offenbarung, Kapitel 3, Vers 11. Jesus sagt, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Jesus kommt bald. Und er sagt, halte fest, was du hast. Halte deine Vision fest. Halte deinen Glauben fest. Damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist. Und du schaust zurück. Und dann kannst du sagen wie Paulus. Ich habe den Lauf vollendet. Den Glauben bewahrt. Und ein Siegeskranz warst auf mich. Ich will deinen Siegeskranz im Himmel sehen. Und halte fest, was du hast. Damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Im Reich Gottes sind ganz andere Prinzipien. Wer hat den Weg gegeben werden. Wer nicht hat, von dem er Wasser hat weggenommen. Und wer nicht hat, was er nicht hat, wird er weggezogen. Ich möchte ermutigen, halte das fest, was Gott dir gibt. Und bitte, hold on to what God has given you. Halte die Vision fest. Hold on to the vision. Denke groß. Think big. Glaube groß. Und handele groß. Und act with great generosity. Halte fest, was du hast. Hold fast what you have. Und niemand an Siegeskranz nimmt. Und vergess niemals. Du bist höchst begünstigt. Tief geliebt. Und mächtig gesegnet. Und enormes blest.